Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zu Feldherren TV. Heute am Montag, den 2.10. findet der nächste Montag-Stream statt. Und ich möchte mich einmal dafür entschuldigen, dass ich die Ankündigung dafür nicht gestern Abend schon rausgebracht hatte. Aus persönlichen Gründen habe ich es einfach zeitlich nicht mehr geschafft. Aber dennoch, heute Montag-Stream, wieder mit Call to Arms. Dort werden wir dann die Mission fortsetzen, die wir in der letzten Woche bereits begonnen hatten. Denn im Kaukasus werden wir ein Haus gegen sowjetische Angriffe verteidigen müssen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Denn, ja, wir haben in der letzten Woche schon festgestellt, die Mission hat es wirklich in sich. Aber das kriegen wir schon irgendwie gedeichselt. Am Mittwoch, den 4.10. wird es dann den nächsten Mittwoch-Stream geben. Dort werden wir wieder ein Spiel ausprobieren, welches mir von einem Entwickler zugesandt wurde. Und zwar wird das in dieser Woche, ich habe es letzte Woche schon angekündigt, deswegen kann ich es heute auch noch mal sagen, wird es die Aufbau- oder die Städtebausimulation Greeks-Bilder sein. Und am Donnerstag, genau, am Donnerstag wird dann auch die nächste Feldherrenrunde wieder stattfinden. Und da werden wir wieder Jubel spielen. Dort werden wir wieder ein Bierchen zusammenschlürfen. Und natürlich werden wir auch wieder etwas Geschichte genießen. Und da habe ich wieder ein schönes Thema für uns alle vorbereitet. Ja, Leute, das ist das Wochenprogramm. Die Let's Plays laufen natürlich auch weiterhin zu gewohnter Zeit. Wenn ihr genau wissen wollt, wie die Let's Plays laufen, kann ich gerne noch mal auf den Feldherren-TV-Programmkalender verweisen. Und den findet ihr verlinkt unten in der Videobeschreibung. Nicht nur unter diesem Video, sondern unter allen Videos und auch unter allen Livestreams. Des Weiteren möchte ich noch mal ganz kurz was zu letzter Woche sagen. Ich habe mich ja leider letzte Woche Mittwoch aus dem Livestream herausgemeldet, beziehungsweise habe ihn abgesagt, weil es mir nicht gut ging. Mir geht es auch immer noch nicht 100-prozentig, aber ich fühle mich wieder gut genug, um wieder Livestreams zu machen. Und deswegen freue ich mich auf heute Abend, Leute. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis dahin bleibt dann gesund und bis heute Abend. Macht's gut, Leute.